Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kirchenkiddies-Video. Ich bin Linda und ich bin Lukas und heute ist wieder Wer ist der Meister dran? Wir haben ein paar Spielchen für euch vorbereitet und die könnt ihr natürlich alleine machen oder ihr sucht euch jemanden, gegen den ihr die spielt oder ihr könnt die gegen uns spielen, weil wir machen die jetzt alle gleich vor. Zuallererst braucht ihr einen Luftballon und einen relativ leichten Gegenstand. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Klorolle benutzen, von zuhause eine leere natürlich. Und dann pusten wir den Luftballon auf, lassen die Luft aber noch nicht raus, weil wir versuchen jetzt den Gegenstand von unserem Tisch zu pusten und der, der das als erstes geschafft hat, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los! Ich habe verloren. Vielleicht wird es ja das nächste Spiel für dich. Gut, das erste Spiel habe ich verloren, aber vielleicht schaffe ich es ja beim zweiten Spiel. Genau, beim zweiten Spiel braucht ihr einmal ein paar Stifte. Am besten nehmt ihr Füllstifte oder Kugelschreiber. Oder dicke Buntstifte. Ja, Buntstifte bricht, wenn die fallen ja vielleicht eine Miene durch. Denn wir legen uns die gleich auf die Hand, auf die Handoberfläche, werfen die dann in die Luft und versuchen die aufzuführen. Und wenn man das geschafft hat, wird es beim nächsten Mal mit einem Stift mehr gemacht. So viel wie ihr es habt. Okay. Okay. Ach, und wenn der runterfällt, weil man den nicht aufhängt, dann ist man raus. Mhm. Okay, bereit? Ja, auf geht's. Also nicht heute mal wieder blamieren. Wer weiß, was noch für Spiele kommen. Genau, das nächste Spiel, dafür braucht ihr einen Plastikbecher. Ihr könnt auch so Einwegbecher nehmen oder halt so einen, wie von einem Schwedischen Lüge. Oder einen Tumperbecher. Genau, ihr braucht einfach einen Plastikbecher, weil Glasgläser gehen dabei kaputt. Ihr seht gleich, was wir machen. Genau, und zwar stellen wir das nämlich so auf die Kante, gerade so, dass das noch nicht runterkippt. Und dann versuchen wir, indem wir mit der Hand dagegen schlagen, den Becher so umzudrehen, dass er am Ende wieder so steht. Ist schwieriger als man denkt. Ja, und ich würde sagen, der, der das als erstes schafft, hat gewonnen. Das ist richtig. Okay. Auf die Blemse, fertig, los. Das fehlt nicht. Ja, easy. Gut, wir haben weggewonnen. Gut, ich habe verloren. Genau, und jetzt kommt ein Spiel, dafür braucht ihr einen Keks. Und zwar kommt der Keks gleich auf eure Stirn und dann müsst ihr versuchen, indem ihr das Gesicht bewegt, den Keks in den Mund zu befördern und aufzuessen. Also jetzt steht es ja gerade 2-2 und jetzt kommen wir zum alles entscheidenden Spiel. Und zwar braucht ihr wieder den Luftballon und der wird einmal aufgepustet und zugeknotet. Ist egal. Achso. So, ihr habt jetzt euren Luftballon, das ist gut. Und jetzt braucht ihr etwas Platz, denn wir versuchen gleich den Luftballon oben zu halten mit der Hand und gleichzeitig unseren Schuh aufzubinden, einmal rauszusteigen, wieder reinzusteigen und zuzubinden. Und der Luftballon darf nicht den Boden berühren. Je nachdem, was ihr für Schuhe nehmt, ist es natürlich etwas leichter oder schwerer. Also Sandalen, Kletzschuhe oder sowas. Wir haben jetzt Schnürschuhe. Die sind aber schon groß. Ja, das stimmt. Und das machen wir jetzt. Bereit? Auf die Plätze, fertig, los. Und das machen wir jetzt. Na ja, das ist aber nicht fertig. Ja, das ist gewonnen. Das ist gewonnen. Nicht schlimm, aber gewonnen. Super, Linda. Dankeschön. So, Linda. Und wenn du natürlich jetzt auch gewonnen hast, überreiche ich dir auch den Pokal dafür. Vielen Dank. Und ihr habt natürlich auch was in der Tüte. Diesmal kein Pokal, aber eine Medaille. Also, Tüte holen lohnt sich. Danke an Lukas und Linda. Es hat echt super, super viel Spaß gemacht. Und es ist gar nicht so einfach, manche Sachen. Hier noch was für jetzt Pfingstsonntag. Und zwar haben wir da eine Schnitzeljagd vorbereitet für die ganze Familie. Also, wenn ihr Lust habt und ihr noch nichts zwischen 14 und 18 Uhr vorhabt, dann kommt hier vorbei. Holt euch einfach euer Startmaterial ab. Am besten, ihr meldet euch vorher noch bei mir an. Wir blenden euch jetzt einfach nochmal das Plakat ein. Und dann stehen da alle wichtigen Informationen nochmal drauf. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis Sonntag. Tschüss.